OH JAH DU KANNNN! Du kannst es auch! Grüß euch Freunde! Wir sind hier im Winterberg auf dem Track-Wall. Und gerade aus den Stadthäusern kann ich gar nicht sagen. Der Track ist sehr hart und staubig hier. Unser Raudi. Sven Böhm. Hallo Sven Böhm, wie geht es dir? Wie hast du die Nacht verbracht? Ja, wir waren gediegen ein bisschen unterwegs. Mit einer größeren Gruppe, die sich gerade immer beide ausgebreitet hat. Ja, wir haben dann den Laden dezent auseinandergenommen. Indem wir geplante Mosch-Bits etabliert haben. Was möchtest du noch erwähnen? Wir haben gestern mitgezählt, die auch zu Stress hatten, geschimpft wurden. Wir sind jetzt eigentlich bei 10 Mal gelandet. 9 Mal an einem Tag. Das war schon gut, ja. Und davor hat die Polizei nur einmal mitgespielt. Das muss man auch deutlicher sagen. Und das war ja das Schlimmste. Ja, aber grundsätzlich so als Reifenfeedback wird man ganz normalen Trockenreifen. Ja. Hätte ich gesagt. Du hast schon schnell gerollt. Ja. Weil mehr braucht man auch nicht. Große Seidenstache, wie es war. Wenn er hier in Windeberg spielt zum ersten Mal das Seiden, das ich dabei bin, ist das vierte Jahr gut mit. Gut mit. Letztes Jahr hat es hier etwas geschneit. High music on the track. I like it. On course. Yeah, außer hier. Rock'n'Roll. Let's go to Sandy Bro. Let's go to Sandy Bro. Yeah, dude. Yeah. Fuck it. Aber man muss Tropfen sagen, es ist das erste Rennen, wo Tropfen Woops dabei sind. Awesome. Woop woop. Ein kleiner Applaus für die Woops. 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 Bei den letzten Jahren war immer unten im Waldstück ein Schlüsselstück. Das, wenn wir geschafft haben, waren wir schon immer siebter in der Juniorenklasse. Wo wir das geschafft haben. Woop woop. 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 Send it, Alter. Yeah. Woop. 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 Wetterberg fällt mir her. Sehr gut. Bestimmt. Hervorragend kommen. Wir haben sich kontinuierlich gesteigert über die letzte Jahre. Und das ist einer der schwierigsten Wetterbergstrecken, die ich gesehen habe. Durchaus. Das Wetter wird auch technisch planer zu hoch und anspringen. Aber auch teilweise sehr einfach. Ich glaube, die Geschwindigkeit, die macht den Schwierigkeitsgrad aus. Das ist richtig. Und dann sehen wir uns doch dann im Training. Oder im Gartenhaus. Oder im Gartenhaus. Das ist richtig. Ich bin ever für die Bedeutung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020